Was passiert in dieser Folge? Abi, der wollte Milch nagen. Sonst krieg ich eine Bombe von meinem Bruder. Das hier fick ich, dann fick ich hier. Alter, deine Schwester hilft dir die ganze Zeit. Wenn du deine Mutter über alles liebst, dann lasse jetzt ein Like und Abo da, denn dann bist du ein richtiger Ehrenmann. Also ich werde jetzt direkt abonnieren, Glocke aktivieren, liken, weil ich liebe meine Mutter. Was passiert in dieser Folge? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es mal ein krasses Video. Und zwar, ich chill ganz normal in der Lobby, ich will spielen, kommt so ein freches Mädchen rein und nervt mich die ganze Zeit. Und sagt, komm, lass killduell, denn ich gewinne gegen dich, die ich das an und das. Wir haben gemacht und dann zum Entschluss hat sie einfach ihren großen Bruder geholt, um einfach mich zu nerven, weil sie verloren hatte. Freunde, die ganze Sache ist eskaliert, schaut einfach selber an. Hallo, hallo, wer ist da? Hallo. Hey, was geht, wer bist du? Hey, hey, warte mal, bist du nicht der von YouTube? Ja, meinst du, meinst du, I'm Nathis? Ja. Ey, Alter, ich möchte gegen dich spielen. Wie, du willst eins gegen eins oder was? Ja, ich will eins gegen eins gegen dich. Du bist selbst so ein YouTuber, der sagt so, bah, epischer Sieg, hin und daher. Okay. Spüren, Alter. Also willst du jetzt eins gegen eins oder willst du killduell? Ja, Salami, sei doch leise, ich will einfach spielen mit dir. Was ist los mit dir, Alter? Was ist los mit dir jetzt mal ohne Scheiß? Bleib mal, ey, bleib mal ruhig, ja? Ich will dich zerstören. Oh mein Gott, Alter, du bist so lustig. Guck mal, meins geht wirklich hier. Guck mal, rat, tach. So gebe ich dir auf den Hintern. Ey, komm, ich zerstöre dich jetzt in eins gegen eins. Wie alt bist du eigentlich? Sei mal ehrlich. Schu, wie alt bist du, wenn ich das zu meiner Art aufregst, ja? Lass mal aufspüren hier, Fritter. Du hast gedacht, wir sind auf der Dating-Seite. Schäbe sie dich nicht? What? Was ist los mit dir? Bleib mal ruhig. Ich mach dich fertig. Ja, ey, wie alt bist du? Du bist nicht mal gut. Du wirst mich niemals fertig machen. Ich hab Schwarze Ritter. Ich schuue, ja, Salami, bleib. Du willst mir sagen, ich bin schlecht, ich zahle dir jetzt. Was willst du mir zeigen? Du bist selbst so ein Loobalter. Ja, was ist ein Loobalter? Guck mal, mit deinem schwarzen Skin. Ey, warte, ich kann V-Bucks hacken. Willst du V-Bucks haben? Wirklich? Nein. Mann, du bist Lumber. Du bist so gemein, wirklich. So ein Loob. Du bist ein Loob. Du bist ein Loob. Schu, ja, Salami, wirklich. Da, wo ich herkomme, da töten wir dich. What? Was nochmal? Was nochmal? Oh, tschüss. Ähm, da, wo ich herkomme, da, nix. Da passiert nix. Ja, 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 okay, okay. Ja, aber da hast du vorhin was anderes gesagt, ne? Ne, lügen darf man nicht. Du hast gerade gelogen, aber okay, okay. Okay, passt schon, kein Ding. Ey, Alter, wo sei mal hin? Ja, okay, dann würde ich sagen, da du dich so muckst, ne, und hier ein auf Krasp ist, dann komm, lass mal direkt Zolti gehen, okay? Ich nehme dir jetzt deine Ehre in einem Kill-Duell. Kennst du überhaupt das Wort Ehre? Ja, klar kenne ich das Wort Ehre. Ja, ich zerstöre dich. Dann hast du keine Ehre mehr. Ha, ha. Wie alt bist du überhaupt hier? Zwei, drei, oder wie alt bist du? Ich bin sieben, ich bin besser als du, ha, ha. Ne, bist du nicht, komm, ich zerstöre dich jetzt, easy, clap. Schuh, sag mal, Leute, ja, ich mach dich fertig hier. Hey, du Lutscher, hast du schon ne Waffe oder so? Was, was hast du gesagt, Lutscher? Ja, du bist ein Lutscher, wirklich. Ich hab ne Sniper, ich werd dir zeigen, dass ich sogar mit Sniper ein Kill machen kann. Okay, komm, wenn du meinst, dann komm, ey. Guck mal, erster Kill, ha, ha, mit Sniper, du Sammel. Wie? Guck mal, Schatz schützen, ha, ha. Aua, hör auf zu reden, hör auf zu reden. Schlechter Typ, ja. Deine Stimme macht meine Ohren kaputt, Alter, mit deiner Kinderstimme. Hei leise, ha, ha, guck mal, okay. Nein, ha. Du bist ein richtiger, richtiger. No, wirklich, ein blöd, Mann. Guck mal, zweite Kill, zweite Kill durch den Scheuer. Oh mein Gott, nein, ich bin tot. Au, du kleiner Fett. Hey, wieso beleidigst du mich, Mann? Chill doch mal. Hey, der Mann, Aussie, guck mal, wie schlecht du bist. Wo warst du, Mann? Wo warst du, in den Zeiten, wo ich dich so eröffnet, wirklich? Hä? Du musst neue Runde machen, ich zeig dir was Neues. Ach so, du bist auch gerade gestorben, ne, ha, ha, du bist einfach schlecht, Mann. Hey, du bist ein richtiger, kleiner, was, wirklich? Ich zeig dir, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Gatoromantik. Ich mach dich fertig. Nein, ich verstehe nicht, was du meinst, Mann. Warum beleidigst du mich die ganze Zeit? Guck mal, check ein, ha. Nee, mach ich nicht. Check ein, ha, 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 ha. Ich will nicht mit dir einchecken, du bist einfach schlecht. Was, ha, ha, was ist los mit dir, Mann? Mädchen, schau doch mal. Du bist ein Noob, du Spaß. Hey, du Prenner, ich hab jetzt eine Frage an dich, okay? Huh? Wenn ich jetzt gewinne, möchte ich deinen Account haben, okay? Ohne Widerworte. Okay, mach mal, mach mal. Aber wenn ich gewinne, wenn ich gewinne, kriege ich deinen Account, okay? Schu, der hat dich verarscht, du kriegst gar nichts. Warte, nein. Er denkt, wenn er auf gewinnt, kriegt er was. Warte, warte, warte. Aber warum soll ich dir deinen Account... Oh, sag mal leise. Wenn ich rede, bist du leise. Wenn ich sage, jetzt machst du's, ja? Geh kacken, du kleines Mädchen. Du hast keine Freunde, deswegen kommst du mich hier nerven, oder? Schu, ja, achi, du hast keine Freunde, Mann. Ey, du bist so ein Ghetto-Mädchen, Alter. Ist dein Vater irgendwie ein Rapper oder so? Sei mal ehrlich. Wer ist dein Zuhälter? Warte, wie kannst du mit sieben Jahren wissen, was Zuhälter ist, Alter? Wie haben dich die erzogen jetzt mal, no joke? Lass mich doch, gemeiner Mensch. Bin dir ehrlich, ich hab noch nie so ein ehrenloses Kind gesehen. Tana, sag mal leise, ich brauche Hilfe. Hier oben ist ein Feind, ich hab keine Munition. Ja, komm, lass die töten. Oder ich töte die, besser gesagt. Was ist das auf mir, dieses komische Gelbe hier? Du leuchtest. Ich leuchte die ganze Zeit. Ja. Ist das ein Bug, meinst du? Ja, glaube ich. Ich hab noch eine Waffe, was ist das, ja? Haha. Ja, okay. Ey, aber du gibst mir Account, wenn ich gewinne. Versprochen, okay? Mach Augen zu mir, wer hat dich gearscht. Was ist ein Panner? Nein, du musst geben. Ey, bitte. Schau mal, wir haben so gemacht, dann musst du auch geben, weil das ist echt irrenlos, wenn du jetzt nicht gibst. Dann mach ich nicht mit. Wenn du jetzt nicht gibst, dann mach ich nicht mit. Ganz easy. Mein Gott, du bist ein kleines Kind. Ja, okay. Basta, du bist ein kleiner, kleiner, kleiner Go. Ja, wahrscheinlich. Ey, was ist hier los? Warum leuchte ich die ganze Zeit? Warte, ich töte mich schnell, dann musst du mich wiederbeleben. Weil ich leuchte die ganze Zeit. Ich mag das nicht, okay? Ich leuchte die ganze Zeit. Es kommt Feinde, Alter. Es kommt Feinde. Schnell wiederbeleb mich. Ich leuchte die ganze Zeit. Hast du die Bogen gemacht? Ja, ich leuchte die ganze Zeit. Was soll das? Ah, guck mal, ich klatsch auf deinem Popo, warum? Nein, hol mich jetzt. Ey, Mädchen, hol mich jetzt sofort. Guck mal, was will ich denn machen? I'm John Cena. Bam! Was? Hol mich jetzt. Was machst du? John. Und ein, guck mal, Michael John, warte. Oh mein Gott. Ja, Yippie. Michael John, Mann. Hol mich jetzt. Hol mich jetzt. Sonst gebe ich den Account nicht. Du kommst hier nicht rein, Achie. Du kommst hier nicht rein, oder? Gib deinen Ausweis. Nein, wiederbeleb mich jetzt. Komm schon. Nein, wiederbeleb mich jetzt. Sonst gebe ich den Account nicht. Okay, 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 okay. Aber weißt du, warum ich hier leuchte? Ist das ein Bug oder was? Nein, das ist extra für Penner gedacht, weißt du? Oh mein Gott, keine Goose, wirklich. Ey, wie frech bist du eigentlich? Wie viele Kills hast du jetzt? Mehr als du, Mann. Ich hab einen. Wie viele hast du? Ich hab auch einen. Lüg nicht. Lüg nicht. Ey, Alter, wo bist du, Mann? Guck mal, was haltst du dich? Jetzt werde ich sterben wegen dir. Du Penner. Kleiner Arschloch. Wenn du den nicht holst, bist du... Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Was? Du bist ein Noob. Dritte Runde. Komm, let's go. Du willst schon wieder eine Runde gegen mich machen. Dein Ernst? Ja, warum nicht, Mann? Hol mal nicht. Hol weiter. Nee, ich spiel nicht mehr mit dir. Ich spiel nicht. Ich spiel nicht mehr mit dir. Ciao. Du rörst mich die ganze Zeit. Was soll das? Hey, ich hol gleich meinen Bruder. Mach dich dann voll an. Hey, willst du dich verarschen? Hol deinen Bruder. Dann erklär ich ihm, was für ein Stück Dings du bist. Dass du mich die ganze Zeit beleidigst ohne Grund. Der soll dir mal ein bisschen Respekt bald bringen. Was? Was redest du? Du beleidigst mich die ganze Zeit. Ich hab alles aufgenommen. Das war ich meine, mein Bruder so schneiden und den in den Sinn zeigen. Was? Ich hab dich nicht einmal beleidigt. Was laberst du? Ja, du hast zu mir gesagt. Was hast du gesagt? Mann bist so freig. Aslak-Mitian. Und ich werd meinem Bruder sagen, dass du meine Nummer haben willst. Dann werde ich so tanzen. So bam, bam. Yuppie. Was laberst du eigentlich? Hä? Ich bin's. Tim. Ja, warte. Okay, okay, okay. So, ich hol jetzt meinen Bruder. Ich erklär ihm, wie schlecht du bist. Warte, sag mal leise, Achie. Ich lade ihn ein, Mann. Ich erklär ihm das mal, wie freust du bist. Ja, sag mal leise. Schuhe, Achie. Sag mal leise. Das ist dein Bruder. Das ist dein Bruder. Schau dir mal an. Hey, schau dich mal selber an, du. Ja, was ist das? Milli, Milli, was ist los? Der Typ da, der wollte meine Nummer haben. Der hat mich gestorcht. Der ist einfach in meiner Runde. Wer, 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 wer? Der, dieser Typ, der ist YouTuber. Ey, was hast du, Junge? Ey, ich wollte nichts von deiner Schwester. Ich hoffe, meine Mutter, ich hab nichts gemacht. Weißt du, was ich sagst? Junge, was sagt sie dann? Abi. Meine kleine Schwester lügt mich, Mann. Abi, weißt du, was er sagt? Also, hey, ich bin YouTuber. Möchtest du meine Nummer haben? Aber dafür möchte ich auch deine Nummer haben. Und man wollte mit mir spielen. Und der bereutet mich, Mann. Nur, Mann, sie singt, du spaß. Ich hoffe, meine Mutter, sie lügt. Ich hoffe, meine Mutter, sie lügt. Abi, was ist das? Jungen, meine kleine Schwester lügt nicht, Mann. Ey, wo wohnst du, Junge? Wo wohnst du? Deine Schwester lügt einfach. Ich hoffe, meine Mutter, ich wollte nichts von deiner. Nein, der liebt. Hä, die sieben, Alter, was soll ich von der wollen? Hä, was hab ich gemacht? Du bist du scheiß, Pädoy, du spaß, Mann. Abi, der wollte nicht schlagen. Und der hat zu mir gesagt, weil ich die Nummer nicht gehe. Dann kommt er und schlägt mit. Du, Rilukreiner, was sagt sie? Ja, so gemein, wirklich. Geh ihm schlagen, bitte. Hey, 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 Rilukreiner, was sagt sie da? Ich schwöre, ich hab nichts gemacht, Junge. Deine Schwester ist voll die Dings, Alter. Weiß es sie, was, was? Red gescheit, du spaß. Red erst mal gescheit über meine Schwester. Red gescheit. Deine Schwester hat einfach gesagt, dass dein Vater ein Zuhälter ist. Stimmt das? Nein, nein. Das hast du gesagt. Was labert du, Junge? Was hast du gesagt? Ich bin bei Zuhälter, du spaß. Da redet sogar über Papa vielleicht. Ja. Junge, dafür wirst du doppelt gefickt, Mann. Ja, komm. Ja, ne? Komm, machen wir so. Ich mach ein Kill-Duell gegen euch beide. Habt ihr Lust? Ich zerstöre euch jetzt mal. Ja, komm. Easy, du bist ein kleiner Noob, du Pisser. Ha, schau mal, deine Schwester beleidigt mich und dazu sagst du nichts, ne? Hä? Ja, und? Sie sagt sogar noch zu wenig, Junge. Was hast du hier alles gesagt? Sie ist sieben, Mann. Was laberst du, Junge? Ich hab... Sag mal, Alter. Lass mal spielen. Der redet zu viel, Alter. Du bist echt zu viel, Mann. Komm, lass spielen, Alter. Ja, Mann. So ein Möbel, Alter. Aus welcher... Aus welcher Gegend kommt der Bruder, ja? Woher kommst du? Ey, wo wohnst du? Ich komm aus, ähm... Aus Amerika. Ey, Junge, du wolltest doch machen, oder nicht? Junge, sag doch, wo du wohnst, Mann. Ey, aber warte. Abi, bitte lass ihn schlagen mit anderen Abi. Mit Emre, Abi. Ja, warte, warte, warte. Wir schlagen, Alter. Auch wenn dieser Hund mir seine Adresse nicht sagt, ich weiß schon herausfinden, wo der Ja, 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 Junge, du wirst gar nichts herausfinden. Schau mal, deine Schwester ist voll frech, Alter. Nili, du weißt, wenn ich sag, dass ich ihn ficke, dann ficke ich ihn. Warte. Ja. Ey, was habt ihr ihr für eine Dings gegeben, dass die so frech ist und so? Was für frech, Junge, Mann. Was redest du? Ich sieh, Mann. Was redest du? Ey, Junge, komm mal auf dein Leben klar, warum scheißt du die ganze Zeit? Mach mal hier deine Schwester ein bisschen gescheit erzählen, dann kannst du hier kommen. Aber so nicht... Wir werden dich sehen, wir werden dich sehen, warte, ja. Abi, der wollte sogar meinen Account haben. Was? Ey, wie kannst du so lügen, Mädchen? Sei mal ehrlich, was lüsst du? Lügen nicht, Mann. Lüg doch du nicht, Alter. Es ist halt so lügend, sonst kriegst du eine Bombe von meinem Bruder. Ach, Mädchen, komm, geh kacken, geh kacken. Ey, komm, jetzt killduell gegen euch beide. Wenn ihr beide zusammen mecklst, als ich, Mann. Ganz ehrlich, ich schwöre es dir, ich gebe deiner kleinen Schwester meinen OG-Account. Aber ey, wenn ich gewinne, dann gibt es... Ey, wenn ich gewinne, Lili, dann gibst du es zu, zu deinem Bruder, dass du mich die ganze Zeit beleidigt hast und so. Dann gibst du die Wahrheit zu, okay? Ja, sag mal, leise, Mann. Was ein Mensch, Mann. Der sagt nicht schön. Ey, komm, Alter. Was ein Mensch. So ein Lügner, ey, das gibt es halt echt nicht. Ey, sag mal, leise, Mann. Was für frech, Mann. Ey, sieh sie, Alter. Allein, dass du schon mit der überhaupt so redest, Mann. Die kommt bei mir rein, sagt, ich will unbedingt mit dir spielen. Ach, Junge, komm, zieh mal deine kleine Schwester. Laufst du dir gar nicht so große Worte zu spucken, Junge. Geh kacken, Alter. Ich rede schon mit meinem Bruder. Schau mal, schau mal, deine Schwester beschützt dich vor mir. Weißt du, was ich meine? Haha, Junge, von wegen Klasserspieler. Der Bruder ist tot, Digga. Ja, mal reise, Alter. Ich werde zeigen, dass mein Bruder der beste Bruder ist, den man haben kann. So jetzt, warte. Nein. Aua. Ja, was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich bin gestorben. Was soll ich machen, Junge? Was soll ich machen? Ja, und ich bin auch gestorben. Was soll ich machen? Ja, du bist gestorben, weil du schlecht bist. Meine kleine Schwester lebt noch, obwohl die sie sieben ist. Also bist du schlecht. Und du willst YouTuber werden, Alter. Alles klar. Was ist los? Was ist los? Ich geh jetzt, Alter. Kleiner, kleiner, go. Kleiner Goddinger. Was? Du hast nicht mal Skills. No joke, du bist einfach schlecht, Mädchen. Du bist einfach ein freches, kleines Kind. Die denkt, die ist krass und so. Schau mal. Ha! Mann! Ey! Ehre genommen. Sag mal leise, Mann. Ehre gestreckt. Sag mal leise, wirklich. Ich hatte mal Kälte als du. Nein, du bist einfach schlecht. Ja, ich zeige euch jetzt mal meinen Mermi-Flow. Komm, Junge, komm. Was ist ein Mensch, Alter. Was ist denn hier los? So, was ist denn? Ach, komm, Mann. Hör mal auf hier. Ganz ehrlich, zu lange. Was will ich jetzt nicht mal, Rikki Scheidt? Was Rikki Scheidt? Was willst du, Junge? Hey, rikki Scheidt mal. Komm, wir regeln das an. Ey, was ist los mit deiner Schwester, Digga? Bring dir mal ein bisschen Respekt, Mann. Die schreit hier rum die ganze Zeit. Was für Respekt, Junge? Die hat genug Respekt, Mann. Ja, wenn du dich versuchst, klarzumachen, du spaßst dich, Mann. Was für klarzumachen, Digga? Die kommt in mein Lobby rein, labert Scheiße. Ich hab dir gesagt, hör auf frech zu sein. Warte ab, warte ab. Ja, komm, ein bisschen, ein bisschen. Ich zerstelle dich jetzt, Digga. Was? Blah, 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 blah. Ey, Lilly. Zu viele Filme. Du schiebst zu viele Filme, Alter. Sag mal, also, jetzt. Lilly, warte, lass uns ausreden. Lass uns ausreden. Siehst schon. Ey, deine Schwester, ne? Was ist, Mann? Mach mal bereit hier, Kreativ, damit ich dich eh zerstellen kann. Ja, normal, also, komm mal, du machst schon Filme. Du machst schon Filme, schau mal. Was passiert in dieser Folge? Ey, komm, Junge, ey, ich zerstelle jetzt deinen Bruder, Mann. Von wegen, krasser Bruder. Nein. Was dreißen nackt, Junge? Komm, wir werden jetzt zählen. Schwester der Ghetto-Girl. Um 100 Euro. Ich mache jetzt deinen Bruder pleite, dann hat er nie wieder Geld. Alter, Alter. Komm, 200 Euro, Junge. Mach 100 Euro, 200 Euro. Ja, 200 Euro. Mach mal, mach mal, komm. Abi, was machst du? Ich fick dich eh, deswegen ist mir egal. Wir können auch 300 Euro machen. Hier, Account, hier, der ist 300 Euro wert. Wenn ich, wenn ich gewinne, bekomme ich dann 300 Euro. Und wenn du gewinnst, gebe ich dir Account. Bist du damit einverstanden oder willst du Geld? Ah, die macht zu viel Filme, Mann, wirklich. Ich bin damit einverstanden. Ach, komm, ey, Lilly, hör auf zu reden, Mann. Ich will mich konzentrieren, let's go. Komm, Abi, das schaust du, komm. Easy. Nein, hä? Ja, Pussy, er geht direkt runter, Alter. Ey, was soll das, Mann? Mein Bruder hat gewarnt. Du hast mich gekillt, du hast mich gekillt. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Die hat mich gekillt, ich hab's gesehen. Ich hab deine Mutter, ich hab's gesehen. Sie hat mich gekillt, ich hab's auch gesehen. Ich hab's auf Aufnahme. Da steht Ischan, da steht Ischan, das war deine Schwester. Haha. 200 Euro, der Lash. Ah, du kleiner Schwester, Alter. Ghetto-Girl, Alter, beschütz jeden Bruder. Das ist das Einzige, was? Du kannst nicht runtergehen, Alter. Komm. Komm, runter, Junge, wo bist du? Ey, schau wieder, Alter. Deine Schwester hilft dir die ganze Zeit, die ganze... Was soll das, Mann? Du und deine Schwester team die ganze Zeit, Mann. Das geht doch um mich, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Komm hier, eins gegen eins, richtig. Komm hier, richtig. Komm hier, richtig eins gegen eins. Komm, Ha, Ehre genommen, Digga. Ich kann auch so machen, ne? Schau mal. Was, Ha, Ha? Ah, oh, Habe, Alter. Hört mal auf, Mann. Das ist doch kein Geschehen, so normal. Ah, ey. 200 Euro, sonst kommen wir mit Großfamilie, du kleiner Spass. Ja, mal auf, Alter. Wer hat dich verarscht. Oh. Ha, Ha, was ist ein Nu? Kann mich lieber töten. Guck mal, bam, ich komm von der Luft. Schlecht. Schlecht. Ey, Mann. Was, Alter? Was, 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 was? Nein, ey, komm, warte, warte, warte. Wir machen jetzt mal ein gescheites 101. Ohne hier, dass deine Schwester dir hilft oder sonst was, okay? Ja, okay, Lilly, Lilly, komm mit mir mit, Lilly, komm mit mir mit, weil, äh, er denkt, nur weil ich hier grad kill, denke, dass du mitmachst, komm mit. Hey, du machst doch die ganze Zeit mit, Junge, was redest du, Junge? Was redest, Junge, sie schaut nur zu, Mann. Bah, busch, Digga, bah, bah, busch. Ach so, du hast sie jetzt da reingesperrt. Ne, ey, mach zu. Mach das zu. Du sollst nix sehen. Ey, Lilly, mach zu. Okay, komm. Okay, mach zu. 2, 1, let's go. Komm, Abi, du machst ihn fertig. Easy, klappt. Der ist runtergeflogen. Stimmt gar nix. Was? Ja. Komm, Abi. Komm, 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 bitte. Ey, sie hat mich grad angeschossen, das gibt's nicht. Lüff ich. Ey, Lilly, hör auf jetzt. Wenn ich was sag, hör. Lüff ich. Lüff mich. Ja, mich doch. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Komm, komm, wo bist du? Komm, Abi, das machst du schon. Komm, 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 komm. Oh, Ehre von deinem Bruder genommen. Das war Ehre von... Nein. Warte, warte, warte. Jetzt steht es trotzdem 2, 1 für mich. Ey, warte, eine Frage, ne? Beschützt deine Schwester die ganze Zeit eigentlich dich vor Leute oder willst du deine Schwester vor Leute beschützen? Ich verstehe das gerade nicht. Nein. Ey, weil deine Schwester hat... Was will dich, Junge? Bist du eine Bopperger, Junge? Deine Schwester hat mehr Eier als du, Digger. Ich habe mehr Eier als du, Junge. Was redest du? Du hast mehr Eier als dein Bro, Digger. Was redest du, Junge? Gib mir noch deine Adresse. Du kleibst doch. Ja, gib mir eine Adresse. Ja, ciao, keine Eier. Oh, dein Bruder einfach nur noch zu schütt. Dein Bruder ist so schlecht, Alter. Es steht 2, 2, chill, chill, chill. Wo? Warte. In welcher Welt liebst du, dass es 2, 2 steht? Weil das Ding ist, deine Schwester hat mich zweimal gekillt und du nicht einmal. Okay, dann geht's. Ey, du bist früher noch einmal über Mörden und ich komm und komm dich. Ja, okay, komm. Ich hab dich gekillt, ich hab dich gekillt. Komm runter, komm runter, komm hier runter. Komm doch hier runter. Ach so, ich soll runterkommen, weil du runtergefallen bist, du gar nicht machen. Du Lappen, Alter. Jetzt wirst du easy gekleppt. Oh. Ah. Abi, was machst du? Chill, chill, es steht 2, 2 erst mal. Alter, nein, wir waren am Wetter. Was? Wo 2, 2? In welcher Welt lebst du, Junge? Ey, 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 ey. Auch, 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 weil du jetzt das Einzige-Einzige geworden hast. Du gibst mir trotzdem deine Adresse, weil du einfach meine Schwester kleben wolltest, Mann. Sie ist sie, Junge. Ey, deine Schwester ist so ein Aslack, Alter. Die wollte mich klären jetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, was ist los, Alter, was ist los? Komm, Digga, sei doch mal nicht so, Mann. Sei doch mal ehrlich. Was soll das hier? Ja, was? Digga, hast du... Was denn? Sag mal ehrlich, warum ist deine Schwester so ein Aslack? Ich schaff dich easy, klapp alleine, du Loo. Ja, komm, dann komm. Ey, komm, ich mach jetzt gegen deine Schwester eins, gegen eins. Let's go. Ja, wo bist du? Aber nur gegen deine Schwester. Du machst da nicht mit. Was machst du jetzt hier? Was will ich? Was will ich? Was ist los, Alter, was ist los? Tschau, Junge, ey, ich hab keinen Bock mehr auf euch. Na, haut rein. So, Community, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr es bis Ende angeschaut habt. Und wenn ihr es bis Ende angeschaut habt, dann schreibt mir jetzt in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Ansonsten könnt ihr gerne It's John abchecken, aka die böse Lily. Ey, die hat mich heute so krass genervt. Glaubt mir, geht mal bei ihr vorbei, schenkt ihr ein bisschen Liebe. Sie hat bald die 6.000 Abonnenten. Und Panetix, mein Freund, ihr könnt ihm gerne auf Instagram folgen. Er heißt auf Instagram Alkan Tech Demir. Ihr könnt auch gerne mit ihm spielen, wenn ihr ihm anschreibt oder so. Folgt ihm auf jeden Fall, schenkt ihm ein bisschen Liebe. Liked seine Bilder in der Beschreibung, sein Instagram. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach so, das passiert in dieser Folge.